hallo freunde hast du deine hand geht es ihnen gut also es schon lange nicht mehr da aber 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 nie okay ich brauche pläne anführer tagebuch cool will ich nicht lesen weg damit sind viel zu müde fürs lesen jetzt habe ich nicht mal mehr im bogen aber aus deinem mist ich soll eh hier rein ich muss mir gleich neuen bogen herstellen über einen kann ich gleich weghauen den ein kann ich tatsächlich gleich weg hauen cool hallo ein bisschen boss hallo was soll das stört man danke mega geil aber ich will die wache nicht verlieren die würde ich ganz gerne behalten diesen mega gefällt mir ich will nein doch auf da unten cool ich muss mir häuser durchsuchen muss ja viel mehr häuser durchsuchen ich nehme mir alles mit und er sagt ja ich soll dies und das wollen wir versuchen blablabla aber das ist leider nicht das haus wo ich hin soll tatsächlich das soll irgendwo weiter links sein von mir grüne und 0 pate ich würde danke dass du da warst ich wünsche eine wunderschöne gute nacht schlaf gut und vielleicht hört man sich ja die tage noch mal 0 pate vielleicht hast du ja auch los bei grail mitzumachen weil sie da interesse hast oder falls dann die interesse besteht aber da können wir gerne noch mal so schreiben so kannst du bitte sterben du auch danke sonst wünsche ich dir eine wunderschöne gute nacht so dank aller wie blutig diese links ist danke ich mich hat zu über 70 stimms aller ich würde auch hier so kiste das ist eine versteckkiste ja die brauche ich auch über 70 plündern tue ich tue ich aber ich habe irgendwie nicht so viel glück damit augenlich über sie auch immer die städte tatsächlich ich habe nicht so viel glück mit dem was ich hier finde oh hallo hallo andere ratte kommst du zu mir ja lass doch mal schreiben hat atm viele themen anstehen muss gerade ja verstehe ich dessen klar nicht tatsächlich oder habe ich aufgehört mit planen weil es dann zum teil manchmal auch die retten manchmal nicht klappt oder dies da ist anders deswegen habe ich aufgehört mit diesen planen von sachen die ich machen will aber ja lass mal machen wäre ja mega cool ich wünsche dir eine wunderschöne gute nacht und mission auf aua wünsche wunderschöne die nacht und man wie sagt man hat sich ja bestimmt wieder danke dass du da warst so kann man hier drin sehr cool nein 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 okay hier ist das auch nicht ich muss mal warte mal muss das mal so machen mein eigenes team brauche ich jetzt gerade nicht sehen tatsächlich ich lasse das mal so aber wo genau alle baupläne die wir finden könnten baupläne bastelwerkbank bekommen radspieß ja einzelregal wo ist das in der nähe des bahnhofs wir sind der flug geduld da hinten war ich doch schon mal wie kann ich das nicht gesehen habe ich habe ich eine ist das erste mal event mitgemacht da unten nicht darum anscheinend irgendein der ganz letzten kann man da gehen wir jetzt noch mal hin den kei bewegst so eine kleine kiste erstmal bauen generator mittel brauchen wir jetzt noch nicht injektor einzelregal hier das wollen wir jetzt erstmal haben dass wir immer weg so eine kleine kiste bauen können dass ich erstmal ganz viel zu packen kann dass ich weiter sammeln kann was trinken hat das nicht geholfen schmutziges wasser ein bisschen ja ich weiß was er kochen muss aber kann ich jetzt gerade nicht ich muss erstmal was finden ich habe keine zeit für euch ich muss dahinter ganz kurz ok da soll ich hin da soll ich angeblich was finden vielleicht brauchst du den in sektoren fusionskern für was brauche ich den ich mag diese waffe die gefällt mir hey wieso kaputt zu gehen man muss halt so offen alle leute ok das liegt also braucht man kampf oder doch einfach hier durchgegeben dieser klaue auch mal ich wie kann ich darf diese klaue nicht verlieren die darf ja niemals kaputt gehen die ist schon fast kaputt wir halten ja alle hier nichts aus mach ganz eher wie ohne kit wenn mir sagt wie ohne kit dann gerne du hallo so spitzhacke cool brauche ich so angeblich soll die ich hier irgendwo sein eine notiz cool hallo was will ich mit dem spielzeug truck aschenbecher will ich nicht brauche ich nicht zusammen hast das sieht aus als wäre das hier hallo sagen sie mal seife irgendwie sieht das nicht so aus als wäre ich hier richtig das will ich mit dem mikroskop alles nicht so cool hier bla 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 nee hier ist das nicht vielleicht oben kann das sein am flughafen mengentown macht mehreren ab der leitungen zusammen schafft ihr euch eine möglichkeit den einzigart zu bauen das gebäude in dem sie befindet ist im rahmen der hauptstory entdecken und zwar dann wenn ihr euch in den impfprojekt informieren solltet das war doch hier oben da unten war super also da unten war jetzt gerade nichts tatsächlich infusionsbeutel sehr cool ich habe aber nichts gesehen man muss ja wenn ein ordner der muss ja hier irgendwo sein du bist tot das wissen wir im rahmen der hauptstory entdecken und zwar dann wenn ihr euch über das impfprojekt informieren sollt ja ist ja schön und gut aber wenn hier nichts ist dann ist hier halt nichts ne also ich habe jetzt ja auch nichts gesehen mal also laut dem was er mir sagt soll es hier hinten sein aber mir steht hier tatsächlich ein bett ich gehe mal in die anderen gebäude rein vielleicht vielleicht unter wasser auch so aufbereitetes wasser so vielleicht finde ich es in den anderen hier drüben vielleicht wenn es da nicht ist wo soll es sonst sein aber ich dem vertrauen soll was es mir sagt denn hallo da war ich noch nicht mal am letzten kann das sein ja maxi weißt du denn wo ich das finde ach du das sind schon ja ich steig so flach man was hast du alles getrunken hier was los sei ja bin ich gemutet kann das sein oder moped was teddy oder moped oder meinst du damit jetzt wieder noch die immer wieder roboter teile liegen aber nicht das was ich haben will und dann ist ja noch einen sohn scheiße ich kann aber nicht mehr sturmfeuerzeug blablabla genau jenen war ja das eine event was ich ja letztens einmal gemacht habe event kollisionskurs nein ich will das jetzt nicht machen geh weg ich suche eigentlich nur und nein jetzt habe ich das event hier gestartet ich will doch eigentlich nur nein ich will sie keine leuchtfeuer abschießen ich werde jetzt nicht spielen lasst mich in ruhe ich will sie auch keine welt verteidigen ich will jetzt hier gar nichts ich lasse jetzt hier verlassen geh weg hallöchen verlassen das gebiet hier aber hier drin ist es nicht aufgekochtes wasser kann man trinken wo haben wir denn essen ja erst mal gedärme essen schmeckt ich bin kurz herr meiner sinne wieder das geschafft das ist ja schön junge wo ich denn der man da habe ich es schon polos neue notizen wort finde ich super viel so ein bisschen bin ich ja mittlerweile genervt guck mal hierhin soll es eigentlich liegen hier hier hinten irgendwo hier hier liegt nichts wir sind bei 9 schon naja nice ist doch cool dann kann ich ja jetzt auch klein gehen ah nee ja das war fertig ja ne ich auch so fertig und die zwölfer ja habe ich jetzt nicht so viel bock drauf du ich muss morgen tatsächlich noch irgendwo hin hätte ich morgen nicht wollte ich habe kein problem hallo was ist denn mit dir ein teddy wo ist es denn das triggert mich komplett ist da das trallalalalalalalala ok ich geh jetzt mal wieder warte mal ich muss mal ganz kurz in die kiste reingucken ich habe ich habe auch einige bocklin tatsächlich damals in die kiste reingepackt wir gehen mal ganz kurz zurück tatsächlich habe ich damals einige bocklin auch in die kiste reingepackt mal gucken vielleicht habe ich da ja irgendwas drin müssen wir mal reingucken tatsächlich was kann doch nicht sein wo waren das notizen ne guck mal anführer nee wo waren das hier drin wo ist denn das hier drin diverses du musst deinen titel noch mal was soll ich denn ändern da steht doch alles da steht doch die kopplett und gucken was doch reicht doch ja ja genau und so und gucken genau würde auch dann kann ich leider nicht musste noch was anderes machen ich muss morgen haben endlich arbeiten ich muss morgen jemandem helfen um 930 ja sorry habt nicht alles gut alles gut ja schön den bauflug für raketen werfer haben wir nichts anderes ich habe nicht falsch dings geguckt notizen bauplan da haben wir ein also dann hatte ich ja schon die ganze zeit bekannt wasserpumpe kann ich schon bonn waffen hier unterkunft baumaterial kommen wir noch was holz stahl zahnräder kupfer cool mehr probleme habe ich nicht wachen hier zu finden die kann man mitnehmen wo kann man sie empfinden george waffen abteilung nichts alles ausgefallen ist irgendwas demonstrantes zu erschrecken und so irgendwas um demonstranten zu erschrecken weiß nicht wo nur zieht der freundsteller hier noch ein griff das verlernen können die morgen backfisch in brötchen backfisch brötchen weiß ich nicht du weiß ich nicht aber die augen wieder bock zu essen unser plan verkauft hat wo uns in der stadt hat ja leider geschlossen was ich sehr schade finde ich habe so gerne ein backfisch aber ich habe so geil geschmeckt jetzt habe ich hunger jetzt habe ich hunger und mit gar nix nix nada niente jetzt habe ich einen geschehen raketenwerfer bauen cool noch nicht wahr sein kann doch tatsächlich nicht wahr sein doch das ist er lagerbau pläne in hallo bin wir blicken nach graften wo er die im rahmen der quest mit dem bürgermeister sprechen und genau bei der quest markierung findet ihr diese trieb ruhe und darin drei baupläne ok ich muss noch mal kräften ja die erst so das schon gelesen da muss ich jetzt noch mal hin tatsächlich so gräften war doch wo ist es da oben ne wo waren gräften noch mal war das hier da ich muss noch zum bürgermeister wenn es dann also zu diesem roboter bürgermeister keine ahnung ich weiß nicht ob noch sie da schon mal war aber da muss ich jetzt in der bürgermeister geht mir so auf ein langes stream noch mal ich aber nur 34 und dann schon noch eigentlich komplett übertrieben neun schon ist er wach komplett übertrieben ich war im backbüsch ja sick i guess das ist ja das ist ja das ist das ist ja das ist ja das sind ja da gibt es ja das ist ja auch die die waren die 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 wo sind denn wo finde ich denn die baupläne meinst du nebenbei irgendwo hier soll man baupläne finden drei stück abgekocht das nehme ich noch gerne mit danke trinken ich bin ich bin safe auf b dann ist mega c okay superiert wo finde ich die denn hier ja ich merke schon 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 begibt euch nach graften wo ihr im rahmen der quest mit dem bürgermeister sprechen das genau bei der quest markierung findet ihr diese truhe und darin drei dann habe ich die wahrscheinlich schon mal mitgenommen dann habe ich die wahrscheinlich hier schon mitgenommen und auch schon gelernt tatsächlich beste grüße jene finden sie in der umgebung sie können weder als eigenes objekt eingesammelt werden oder zufälligen generierten bauten containern gefunden werden für die eroberung eines arbeitsplatzes oder die erfolgte verteidigung eines arbeitsplatzes können sie die pläne um den baupläne danke bringt mir gar nichts im nukleärwetter kannst du auch ein paar freischalten dank dir irgendwo ich will nichts über das camp wissen nach das ist doch schon wieder alles mann bla bla die ganzen sachen bringen mir gar nix bin ich den voltech anzug sturmgewehr mod will ich auch nicht new cola bla 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 komo wahrscheinlich unten verstärker toppflanze wasser aufbereitet den habe ich tatsächlich schon körper was mit körperteile so wasser aufbereitet die zieht heute voll durch nicht mehr lange du äh palästerspiel und lockt euch wieder was ist warum soll ich das machen so kann man ein bisschen duplizieren oh mein gott will ich nicht ich brauche ein video das ist da hinten okay ernsthaft ach leck mich ja einfach ja hallo ich reinkomme wo waren das jetzt noch mal das war doch da wo ich meinen ersten anzug gefunden habe da muss ich hin ja ich muss mal sachen verkaufen alles so gottlos teuer noxie noxie sag mal ist der ton eigentlich soweit okay du bist doch schon auf dem discord ist der ton nicht soweit okay noxie sag mal der ton der sound vom spiel ist der okay ich denke oder oder nicht ehrlich ja ist gut so danke 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 so hierhin soll ich noch mal ab zu den orks so 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 Untertitelung des ZDF, 2020